Musik Heute gibt es hier einen Tipp zu einem netten Tool hier auf dem Mac und zwar dem kostenlosen 10-Finger-Schreib-Trainer. Tipp 10 heißt er. Hier bin ich auch direkt schon auf der Website. Hier könnt ihr euch die Software runterladen. Die gibt es für mehrere Betriebssysteme, also nicht nur für OSX. Man sieht es hier auch schon, ist browserfähig. Man kann im Browser online trainieren und man kann auf sämtlichen Betriebssystemen, also Linux, auf OSX und auch auf Windows mit diesem Programm das 10-Finger-Schreiben an der Tastatur üben bzw. lernen. Ihr könnt euch hier, wie gesagt, die Softwareversion herunterladen, hier kostenlos herunterladen für die verschiedenen Betriebssysteme. Hier ist auch noch Ubuntu mit dabei und auch eine portable Version für den USB-Stick, damit ihr das immer mitnehmen könnt, auch wenn ihr auch an anderen Rechnern eben arbeitet. Ja, die App sieht wie folgt aus. Ich habe sie hier mal gestartet. Ihr werdet hier zunächst mal begrüßt mit so einem Einführungsbildschirm. Hier steht es auch nochmal, Tipp 10 ist ein kostenloser 10-Finger-Schreib-Trainer für Windows, Mac OS und Linux. Und hier wird einiges erklärt dazu, welche Buchstaben man mit welcher Hand, mit welchem Finger bedient und eben auch, wie das Programm an sich funktioniert. Ja, danach könnt ihr hier auf Tipp 10 starten klicken. Hier kommt mein Little Snitch hoch, der hier eine Verbindung erlauben möchte. Das mache ich jetzt in dem Fall mal. Ich sage hier mal nebensächlich. Ja, und wir können hier jetzt verschiedene Übungslektionen auswählen. Freie Lektionen gibt es hier noch und man kann auch eigene Lektionen einrichten. Ich fange jetzt einfach mal mit der Lektion 1 an. Man kann sich ein Zeichenlimit oder ein Zeitlimit setzen, wie lang man eben das Ganze üben möchte. Es gibt hier noch einige Zusatzoptionen hier mit farbigen Tasten, Grundstellungen und so weiter. Auch akustische Signale bei Tippfehlern könnt ihr hier einstellen oder das Diktat eben blockieren, dass er eben nicht weiterschreibt oder den Fehler nicht schreibt. Fehler können auch korrigiert werden und so weiter. Ihr könnt hier verschiedene Einstellungen eben machen. Das ist sehr übersichtlich eigentlich dargestellt. Auch immer hier mit den Hilfetexten dazu. Und ja, dann klickt man hier einfach auf Schreibtraining starten und hier steht es dann auch schon Leertaste startet das Diktat. Das heißt, wir klicken einmal hier kurz die Leertaste und jetzt geht es los. Man sieht hier oben in dem Feld eingeblendet, welche Buchstaben nacheinander eingegeben werden. In dieser Lektion ergibt sich da jetzt überhaupt kein Sinn drin, sondern es geht einfach nur darum, um entsprechend die Tasten mit dem richtigen Finger zu klicken. Das heißt, die Taste, die hier farbig markiert ist oder auch hier oben markiert ist, soll jetzt gedrückt werden. Das wäre das A. Und hier steht auch, mit welchem Finger das gedrückt wird. Kleiner Finger links. Das heißt, wir legen unsere Hände nun entsprechend auf die Tastatur, wie es auch in der Anleitung ist. Wir haben also an der linken Hand den Zeigefinger auf dem F und die rechte Hand den Zeigefinger auf dem J. Das spürt ihr auch bei den meisten Hardware-Tastaturen, dass da eine kleine Noppe ist, damit man das besser erspüren kann, erfühlen kann. Ja, und jetzt geht es einfach los und man schreibt hier eben nacheinander dieses Diktat. Es werden die verschiedenen Finger hier durchprobiert. Und ja, je länger man das übt, wenn man das täglich macht, ist man da eigentlich relativ schnell und hat es dann auch, wenn man sich strikt daran hält, schnell drauf mit zehn Fingern am Mac bzw. am PC, an der PC-Tastatur zu schreiben. Gerade beim Verfassen längerer Texte macht das natürlich Sinn, wenn man hier mit zehn Fingern schreiben kann. Ja, wie gesagt, das gibt es für alle möglichen Betriebssysteme. Ich beende jetzt hier mal die Lektion vorzeitig. Die Ergebnisse können wir auch speichern. Es gibt hier einige Informationen, einige Auswertungen dann danach noch. Und ja, ihr könnt das Ganze auch teilen auf Facebook oder euch ausdrucken. Also ein einfaches, kleines Programm, mit dem ihr eben lernen könnt, mit zehn Fingern auf der Tastatur, auf einer Computertastatur zu schreiben. Gerade für Kinder und Jugendliche, die so am PC erstmal anfangen, ist das doch ganz hilfreich. Und ich denke, es gibt viele, die einfach mit zwei Fingern schreiben. Ich selbst gehöre auch dazu. Und werde mir jetzt nach und nach angewöhnen, auch diese Zehnfinger-Schreibtechnik durchzuführen und mit Tipp 10 hier ein bisschen zu üben. Die ganzen Links, wie ihr auf der Homepage kommt, wo ihr das runterladen könnt und so weiter, packe ich wie immer unten in die Videobeschreibung mit rein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.